willkommen hier bei profischnack.de in empfingen im showroom heute zeige ich ihnen eine schwarze leder garnitur von tommy m thomas machalke aus oberfranken und zwar semino heißt bei kontur semira eine garnitur als großes sofa und als loveseat in einem ganz tollen leder kuba black dieses leder ist geil ist obergeil ein griff so was finden sie kaum alles naturbelassen leicht eingewaxt toll und eine bequemlichkeit hier können sie drauf lümmeln liegen sie sitzen nicht zu hart sitzen eher soft aber nicht zu soft die armlehnen sind verstellbar von gerade bis zu 90 grad so dass ich auch auf dem web sie wunderbar legen kann und auf dem sofa sowieso es handelt sich hierbei um einen kundenstorno das heißt ein kunde hat die möbel aus bestellt und vorlieferung wieder storniert die gruppe war schon produziert und jetzt haben sie die chance dieses geile stück zu erwerben zu einem wahnsinnspreis semino semira von tommy m kontur als sofa mit löfsi in leder kuba schwarz wer schnappt zu wer ist der glückliche ich hoffe sie dankeschön und tschüss ihr nutz reinhardt auch